Hallo Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von YouTube Live und wir sind mit den guten Mr. Mr. B und mit mir den Sachsigoo dabei und wir werden heute weiter zocken und was wollt ihr noch kurz loslassen ich habe heute diese woche ab jetzt für YouTube aber an das webcam platziert habe ich also ungefähr hier auf der recht auf der mitte wieso gibt es wichtige grund weil normalerweise ich platziere irgendwo in Eck finde ich besser aber problem ist oben links sind mein status oben rechts ist abonnenten allgemein kanal unten unten nächstes mein handy und unten links sind diese aufgaben ja und ich wollte unter diese abonnenten machen aber irgendwie ist nicht so mein program kann ich nur 20 prozent runter machen also wird es ungefähr bis der hälfte der auf hälfte der aufrufe wo es namens der aufrufe dann so wer bis die hälfte wenn ein paar meine webcam das wollte ich nicht die wurde ganz unten unten diese mein kanal aber leider ist nicht da mache ich einfach ab ich werde jetzt ein bisschen erreden wir zocken weiter so jetzt wir sind umgezogen und was machen wir jetzt gerade ja 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 stimmt mein haben wir was gekauft komm mal wieder hi ich bin der neue nachbar darf ich mir von dir ein paar spiel ausleihen da will mich verarschen schon wieder so ja klar jede nachbar kann von mir spiel ausleihen hier wird wird auch mitte schweiß wir sind wir sind meine kegelsspiele sind weg läuft bei euch so muss ich jetzt ein neues spiel kaufen oder was wegen dieses spackos sage ich so so top spiele was haben wir da das ist das beste spiel momentan reicht für uns so dann reinkaufen kaufen ja es geht und mein computer ist gut jo ähm muss ich arbeiten nein nicht koas arbeiten muss ich passieren und hier vorne wenn das wird immer nach dem zweiten dritten video das wird echt computer echt verdammt teuer und der letzte video wird überhaupt nicht in London ja ich weiß weil ich mache gar nix deswegen so Kurse machen wir irgendwann später Reparatura genau haben wir verdient hahaha was machen wir ich bin geschlafen bis er fertig ist morgen hast du ein ganzes Tag damit verbracht videos zu hoch zu laden was ja vielleicht wer weiß äh schau mir bei spiele zu ok ok was machen wir jetzt äh neue video gameplay aufzuladen wir haben neue spiele also gut sollte laufen gameplay natürlich so wie also das bleibt niedrige aufliche scheiße Webcam ah ja stimmt wollte Webcam kaum hier im haufen Geld hatten wir ähm leider haben wir verloren so was haben wir die äh machen wir die hier weg hä hat der eine hat dieser fucking oh so was nehmen wir geile ne wie nehme ich das super ah geeile ne 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 ich weiß nicht meine rechtschreibung ist auch kritisch ähhh k äh k 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 Okay, weiter geht's. Bearbeite dir scheiße Video. So. Intro, Musik muss wahrscheinlich konzentrieren. Zeit bevor du das Spiel startest. Unlustiger, Sachkasse, Kommentar. Juhu. So, du hast den Archivfremden bekommen. Okay, ich weiß es. So, und Hinweis. Lustiger Kommentar, kurzer Kommentar. Ah, mach mir. Ja. Sind lauter Kommentar. Okay, weiter. Yay. Ach so. Dann mach ich. So. So. Ach du scheiße, klappt nicht, wie ich wollte. Hm. Das mach ich hier. Das passt. Ja, okay. Das ist eigenermaßen passt. Gott sei Dank. So. Und was machen wir? Die Titel. Das noch. Dann rendern wir. Juhu. Oh. Rekord. Nachbearbeitung. Geil. Wiederbearbeitung. Jo. Nur Sound. Ey, muss überall Ding zoned. Wie ist das noch ne Scheiß? So, Hochland. Dann gehen wir zu Erdreiten. 10 Dollar, 10 Dollar, 20 Dollar. Einfach so ein paar schon. Ähm. Was ist das? Ist besser. Viel besser. Okay, hey, komm. Okay. Will arbeiten. Ähm. Was? Was? Alter, nein. Party. Okay. Geben wir. Wieso soll ich zu Hause sein? Das ist langweilig. Wieso sollte ich? Lästig. Ich bin lästig. Okay. Ah, schwarz. Hm. Job. Der sieht cool aus. Find ich auch. So. Und Hosechen. Hosechen. Komm, bleib. Nix anderes haben wir nix. So. Event. Ja. Oh. Kommentar. Hahaha. Wenn du der Person, der YouTuber ist, dann bin ich der Batman. Okay. Das kenn ich schon. Das musst du nicht mehr lesen, diese Kommentare. Geld verdient. Yeah. Geld, 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 Geld. Mehr Geld. So. Party Time. Party Time. Yeah. So. Wir müssen ja da gehen. Reden. So. Guten Abend. Willst du exklusiven Produkt? Okay. Ähm. Blablabla. Äh. Okay. Blablabla. 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 was ich habe irgendwie back ich weiß nicht was ist einstellt ich will ihn nicht einstellen ich habe kein geld so ein millionär blablabla haben also braun ich bin immer noch gern auch ich blablabla nur du hast gekauft hast du den personen wie viel warte ist blablabla blablabla nur hör mir ich will jeden Bekannten haben auf diese Debatte blablabla 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 nur b ruiz bisschen murm machen die lange wir haben als das ist ein kling ja blablabla 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 es gibt das besser hin blablabla ah er hat mich angehalten das ist doch die oder nach T1 blablabla na 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 schau her na 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 lol blablabla 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 lol hab ich ah blablabla 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 ok konzentration kritik na komm das klingt ok aus aha komm ich geh mir weg es ist genug schon blablabla du blablabla blablabla k in der Mitte, okay, 80$. Aha. Juhu. Bewertung. Soviel geht's, habe ich nicht. So. Ja. Du bekommst 6% mehr Abonnenten mit den angezockten Reviews oder Unboxed Videos. 6% mehr Abonnenten angezockte Videos. Hm, okay. Was ist das? Äh, du fertig mit Podels. Likes, mehr Likes bekomm ich, okay. Aber das, äh, hm. Hm, hm. So. Ich werde, versuchen wir das. So. Es gibt genügend nur Video machen, Geld zu verdienen. Ich kann es besser sowas ignorieren. Äh. Wettgeld wofür? Ah. Da können wir machen. Good idea. Meine Liebe. Meine Liebe. Äh, descendants waren auch nicht leer. Bet 경äut Taking Tune back. Na, pr, pr, pr ... Echt? Wieso? Der nervt mich? Folge 91, super Wie? Wieso? Hä? Wieso kannst du da Brand? Oh ne Scheiß! Kannst du da der Bimbo, sagen wir so Gehen wir auf Pitch schon Kalender This Ah ok Der nervt mich So Ersetzen Für 100 Euro Ist klar Wurde zu langsam auf den Computer kaufen Gameplay Jawohl So Weiter 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 gehts Mit den Geile und der Planet Wars Krieg der Gott Der Krieg Dich Zerstöre alle Wer steht mir weg Mit Freund So So coole Begrüßung Ich werde versuchen Mehr auf den Mehr auf den Oh Geil Du Text Ehm Ja komm Machen wir auch das Scheiße Oh Oh Ah Nicht so gut Aber hier Quantität Mehr auf die Son Konzentrieren Weil der läuft nicht so gut wie es soll Hochladen Und jetzt gehen wir arbeiten Und jetzt gehen wir arbeiten Weil langsam werden wir pleite Was Wieso kommt hier nur das Ist So viele Zentimeter Deswegen Jo Freigeschaltet So Arbeiten 30 30 30 30 30 30 30 30 40 30 Tolle. Dann machen wir noch ein Gameplay dazu. Ah, der sinkt schon. Verdammte Schanker. Okay, machen wir noch ein Gameplay. Ja, weiter gehts. Hier? Das ist Teil 5. Ah, der ist nicht verzögert. Okay. Äh. Sagen wir so schneller. Schnelle. Seh. Dick. Genau. Nehmen wir so. Einfach. Einfach. Zack. Fertig. Ich muss irgendwie besser überlegen. Erst, komm. Ich habe eine Idee. Machen wir so. So. Er schreibt mir, was für Titel soll ich verwenden. Komm, wenn ich nicht. Verzeuge ich mir durch und hau ich mir rein. Werdet ihr eure Idee für Titel geben. Das wird ja auch gut. Coole Vergrüßung. Tanz. Komm. Aha. Haumenü. Äh. Sinnlose. Kurze Kommentar. Zack. Passt. Äh. Sinnlose Kommentar. Äh. Sinnlose Kommentar. Ah, nein. Ich muss das machen. Ja. Boah, schon. So. Und jetzt hier. Ähm. Nur eine. Ajo. Noch besser geht's nicht. So. Weiter geht's. Also das allererste. Dann muss ich das machen. Ah, dann habe ich ein kleines Problemchen. Dann machen wir das. Und dann das. So. Besser. Ja. Besser so. Oh, mein Kugel ist schon wieder am Arsch. Ich muss mich verarschen. Alter. Als ob. So niedrig, Schatz. Jetzt müssen wir ein bisschen neue Spiel kaufen. Ausladen. Ah. 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 Äh. Hallo. Äh. Ah. Du hast Hunger. Ja. Äh. Erstmal. Äh. Äh. Erstmal wir. Ich habe gerade jetzt keinen Arsch gehabt. Irgendwo. Kommt mal rein. So. Wir essen was kurz. Weil wir sind. Wir verhungern bald. Äh. Äh. Machen wir. Was haben wir da? Sandwich. Komm. Mhm. 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 So. Nochmal erst was. Komm Kaffee. Hm. Mhm. Aber theoretisch, wenn trinkst du Kaffee? Sollte so die Energie ein bisschen für Schlaf aufhock gehen, glaube ich. Dann. Jetzt gehen wir zur Arbeit. Arbeit, aber Arbeit. Okay. Achtung. Immer wieder muss ich arbeiten gehen. Sonst wird sie schon wieder pleite. Und dann gehen wir einkaufen. Muss ich mir ein neues Spiel kaufen. Weil der ist schon alt geworden. So. Hallöchen. Ich bin ein bisschen... Hallöchen. Ben. So. Ong. Okay. Äh. Warte. Könntest du mal ein Spiel auch mir ohne invites zu förenund diese. Okay. Okay. Hallöchen. Gameplay, formulär. Hummer, Auff. O LOHAUCH. Ich habe das nicht. Machst du main. Ne... Ich werde gerne machen. Aber die Konsole habe ich nicht. Ne. Rechner muss ich kaufen bald. Ohne Scheiß. Rechner muss ich unbedingt kaufen. So. Das. Ich will Spiele kaufen. Wo bin ich hier gelandet? Ich will auf das Spiel gehen. Spiel, Spiel, Spiel. Oh, ich will Spiel. Ähhhh. Das? Yo. Ach du Scheiße. Wo muss ich das? 60 Euro alt. Ich glaube, muss ich unbedingt. What? Fick dich? Nein. Ach du Scheiße. Ich glaube, unser Problem ist, wir brauchen besser einen Computer. Müssen wir unterhalten. Okay, machen wir. Hmm. Top Spiele. Zwei. Ah. Nicht so gut. Der war besser, aber der senkt momentan. Der. Wow. Komm. Nehmen wir auf. So. 5 Stunden. Okay. Nein, 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 nein. Ich will nicht werden. Ich will. Weitermachen. So Leute. Ich werde sagen. Für diese Aufnahme. Ich werde sagen. Äh. Ich werde sagen. Ich werde sagen. Ich werde sagen. Wie oft will ich das? Wie? Ich werde sagen. Ne. Ich werde sagen. So Leute. Wir machen jetzt Schluss. Und wir sind uns nächstes Mal. Ciao. Ciao.